Zur tatsächlichen Berichtigung aus der Frau Abgeordnete Pobesil. Nach dieser Erwiderung auf eine tatsächliche Berichtigung noch eine weitere tatsächliche Berichtigung. Der Herr Abgeordnete, Muchitsch hat behauptet, dass unser Gesundheitssystem das Beste der Welt ist. Laut European Health Index ist unser Gesundheitssystem in den letzten zehn Jahren vom dritten auf den elften Platz zurückgefallen. Meine Damen und Herren, ich berichtige dies tatsächlich und zeige hiermit, dass wir Handlungsbedarf haben. Weiters hat der Herr Abgeordnete Muchitsch behauptet, dass zusatzversicherte Patienten im ambulanten Bereich besser behandelt werden als nicht zusatzversicherte Patienten. Das ist unrichtig. Ich berichtige auch hier tatsächlich, dass im § 16 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz eine unterschiedliche Behandlung von zusatzversicherten und nicht zusatzversicherten Patienten eindeutig ausgeschlossen ist.